. Offiziell zusammen! YouTuber Jakob Haul ist vom Markt! Süßer Liebesbeweis von YouTube-Star Jakob Haul, 21. . Seine 14 Millionen Follower kennen den Spaßvogel eigentlich eher durch seine erfolgreichen Stund- oder Prank-Clips. Aber jetzt beweist der Webstar, er hat auch eine romantische Ader. Netzbeauti und er daten sich nämlich eigentlich schon seit langem. Wirklich offiziell war das zwischen den beiden aber noch nicht bisher. Jetzt hat seine Liebste gefragt, ob sie seine Freundin sein will. Wir sind ja eigentlich schon fester Freund und feste Freundin, aber wir haben es halt nie so richtig offiziell gemacht, erklärte der 21-Jährige in seinem neuesten YouTube-Flug. Um das schnellstmöglich zu ändern, hat er sich etwas ganz Besonderes überlegt, der Metz-Entertainer führte zu einem Basketballspiel aus. Dort ließ er seiner Angebeteten einen Zettel überreichen, darauf eine handschriftliche Notiz, willst du meine Freundin sein? Die schöne Dunkelhaarige war von dieser süßen Gäste natürlich erstmal total gerührt, nur um dann ganz cool mit es wurde aber auch mal Zeit zu antworten. Für seine Liebesaktion hat der kleine Bruder von Logan Paul, 23, sich berühmte Unterstützung gesucht. Sport-Event saß er nämlich neben Kino-Star Kevin Hart, 38, Rapper Meg Mill, 30, und dessen kleinem Sohn Papi, die ihn bei seiner Überraschung tatkräftig unterstützt haben. Der siebenjährige Musiker Spross durfte am Ende sogar Amor spielen und Erika die Liebesnotiz überreichen.